Gib Wasser, Leute! Herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Wieder eine Folge, was hältst du da von Coach für euch? Frisch aus der Fabrik hier am Morgen hauen wir Content für euch raus. Sag mal, Emi, was haben wir heute hier? Was geht, lieber Mike? Ich kann diesem Dialekt nicht so gut nachmachen, aber ich gebe mir Mühe und wir haben jetzt eine neue Reaction für dich. Aus der Community habe ich wieder was rausgefischt. Danke erstmal für eure ganzen Einsendungen. Ich komme gar nicht mehr hinterher, das mir alles anzuschauen, aber die guten Sachen picke ich immer raus, also die Sachen, wo ich denke, das ist unterhaltsam, bietet Mehrwert, man kann drüber reden und Mike kann gut drauf reagieren. Dementsprechend habe ich heute wieder ein Thema, das wir so vielleicht, glaube ich, auch noch nicht hatten. Es geht um Stoff, aber mehr verrate ich noch nicht. Du darfst den Laptop umdrehen, dir das Video anschauen. Ist da etwa Togi involviert? Togi hat nichts damit zu tun. Er ist aber nicht weit wahrscheinlich. Diesmal nicht, aber vielleicht. Er ist nicht weit, er ist irgendwo um die Ecke. Oh, Joe Rogan. Okay. Enhanced Games. What the fuck is this? Alles klar. Have you heard of the enhanced games? Ne, habe ich nicht. Ich lasse laufen. Have you heard of the enhanced games? Oh yeah, yeah, I was reading about that. I have any of those guys on. So the enhanced games is this. They're going to allow all the athletes to take performance enhancing drugs. What? Was? Das ist gelogen. Das gibt's nicht, das glaube ich nicht. Können wir ja gleich googeln. Ich habe auch noch nicht davon gehört, außer in dem Reel halt. Man stelle sich vor, die Olympischen Spiele, voll gedopt. Was hier doch hier ist ja. Die Bodybuilding ist ja eigentlich enhanced games, die Bodybuilding-Welt. Ja, aber auch die Olympischen Spiele sind enhanced games, ganz ehrlich. Ja gut, da wird aber noch ein bisschen geprüft und getestet und gemacht. Aber das ist schon so. Trotzdem ist da wahrscheinlich viel, läuft da viel unter Radar. Mich würde halt interessieren, wirklich interessieren, weißt du, was richtig witzig wäre? Überleg mal, das wären jetzt die enhanced games ausgerufen. Und im Endeffekt werden da nicht mehr Rekorde gebrochen, als bei den Olympischen Spielen selbst. Ja. Das wäre, auf der einen Seite könnte man sagen, ja, da sind alles nur Lutscher dabei, Stoff bringt gar nichts. Auf der anderen Seite könnte man sagen, ja, weil halt alle sowieso schon auf Stoff sind und das jetzt keinen Unterschied ausmacht. Aber wir gucken weiter. Und die Idee ist, wir sollten Athleten in der besten Weise, dass es scientifically möglich ist. Und in der besten Weise, dass es scientifically möglich ist. Hier ist zum Beispiel diese Ryan Garcia-Fight. You know, Ryan Garcia, he beats Devin Haney, spektakulär fashion, looks amazing, pops for Osterine. Very low doses of Osterine, which are not going to affect him in terms of performance enhancing ability during the fight itself. I don't know, how he took it or what he took it. I know people have gotten an Osterine accident, like Sugar Sean O'Malley got it through tainted supplements. They proved it. It's more than once that's happened. Have you heard of the enhanced game? Okay, aber hast du das mit Ryan Garcia mitbekommen? Ich hab's mitbekommen, dass da auch wieder so ein Mikro-Ding im Spiel war, aber ich kann das gar nicht ehrlich, ich kann das nicht ernst nehmen. Also entweder haben die gestopft oder nicht und diese Mikro-Dinger... Ich glaub, das wird immer in dem Moment, in dem es rauskommt, natürlich maximal runtergespielt, weil du eben auch große Player in dem Game hast, die du nicht einfach verbannen möchtest. Ich mein, das ist alles eine Organisation, die lebt davon, dass die Superstars Cash machen und du kannst nicht einfach jemanden verbannen. Du musst da natürlich irgendeinen Weg finden, du musst die Person abstrafen, wenn's rauskommt. Aber ganz ehrlich, ich glaube auch nicht daran, dass verunreinigte Supplements der Grund für so etwas sind. Daran glaub ich nicht. Ich glaube, das wird mit Absicht genommen und ich glaube, dann wirst du erwischt und musst halt irgendeine Ausrede dafür finden oder irgendeine gute Entschuldigung, die du offiziell verkaufen kannst, weswegen das Ganze dann funktioniert. Tested positive for performance-enhancing substance Osterine the day before the day of his upset win over Devin Haney last month. Per voluntary anti-doping association letter sent to all parties Wednesday and obtained by ESPN. The urine samples were controlled prior to the fight, but the results weren't known until later. So, was haben wir jetzt also? Garcia has 10 days to request that his B-sample be tested. Garcia's A-sample also screened positive for 19 norandrosteron, but its presence is unconfirmed until further lab analysis. Das 19 norandrosteron ist auch, glaube ich, das heißt, glaube ich, das ist, ähm, wie kommt es gar nicht, Nandrolon oder was? Oder vielleicht sogar Trenbolon. Interessant. Everybody knows I don't cheat, Garcia said. Okay, das Ding ist halt, wir wissen halt mittlerweile schon sehr genau, dass im Boxen oder in jedem Profisport was genommen wird. Da machen wir uns nichts vor. Und es wird ja auch immer wieder bei den Crossfit Games, beim Boxen, beim MMA, beim Radfahren werden ja immer wieder Leute erwischt. Das heißt, das sind keine Einzelfälle, falls jemand da immer noch so naiv ist und glaubt, das macht keiner, sondern nur vereinzelt ganz böse Leute. Sondern es ist so, dass die meisten halt nicht erwischt werden und immer ein, zwei arme Schweine. Und die werden dann in einer öffentlichen Treibjagd quasi als arme Sau durchs Dorf getrieben. Und einfach damit der Sport insgesamt nicht schlechter dasteht. Mit den sogenannten Enhanced Games könnte man das Ganze beenden. Ja, man könnte nämlich einfach sagen, jeder Sportler, weil Biohacking mittlerweile ja auch überall einfach ankommt, auch in den USA vor allem, dass jeder Sportler einfach das volle Potenzial ausschöpfen kann, auch wissenschaftlich gesehen. Auch chemisch, chemical, scientific, wie auch immer. Und das ist ein interessanter Gedanke. Aber ich halte das für Quatsch. Ich glaub nicht, dass das passieren wird. Ja, ich weiß nicht, gibt's das schon? Ich gucke. Ja. Also, die Enhanced Games 2024 finden statt. Ich stell mir das auch schwierig vor, weil wenn das wirklich jeder irgendwie macht, dann... Enhanced Games 2024. Die Leute wären noch verrecken alle. Enhanced Games, aus dem englischen Übersetz. Bei den Enhanced Games handelt es sich um eine geplante internationale Sportveranstaltung, bei der Athleten keine Doping-Tests unterzogen werden. Geleitet wird das von Aaron de Sousa, einem australischen Geschäftsmann. Die Veranstaltung soll im Jahr 2025 stattfinden. Das wird's wohl geben. Wo? Sagt zumindest Wikipedia. Welchem Land? Ich guck mal, ob ich was finde. Ich muss dann auf Wikipedia rüber switchen. Wollen wir da mitmachen? Ja. Okay. Welche Disziplin? Schach. Okay. So. Businessman, bla bla bla. Content. People. Das ist er. Der Billionär, also der Milliardär Peter Thiel hat in die Organisation investiert. Steht hier ganz stolz. Also ich kann hier noch nicht ausmachen, ich hab's natürlich jetzt nur kurz überflogen. Ich kann hier noch nicht ausmachen, woher, äh, wo das stattfinden wird. Ja. Seh ich jetzt nicht. Vielleicht ist es auch noch nicht klar, vielleicht ist es weltweit, ja. Würde ja vielleicht in Australien passen. Ja. Krass. Und wie findest du das? Ey, ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich viele Leute schockieren. Aber ich finde, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und es hat natürlich immer zwei Seiten. Auf der einen Seite kann man eine Sache sagen. Es ist zwar hart verlogen, was momentan passiert und das in jedem Sport, in jedem Profisport, in dem so getan wird, als wären alle natural, nur vereinzelt schwarze Schafe, gibt es, die dopen. Aber dadurch ist es Tatsache schon so, dass du die Hemmschwelle auch der Sportler bezüglich Doping nach oben setzt. Das heißt, die passen halt auf. Es wird nicht quer und wild durcheinander gedopt, ohne Scham und ohne irgendwas. Und das hat dann irgendwo schon einen gesundheitlichen Vorteil auch für die Sportler. Weil sie halt das Ganze nicht zu viel nehmen dürfen, nicht zu lang nehmen dürfen, absetzen müssen. Wenn man denen jetzt Ring frei gibt und sagt, dope, so viel du willst. Also wenn da der ein oder andere nicht den richtigen Berater hat, dann bringt er sich um. Ich denke auch, da werden viele sich zu doll zuballern. Kann nicht gehen. Und keinen Coach an der Seite haben, der die da passend berät. Ja. Und dementsprechend werden viele abgräbeln. Ich denke halt, der ursprüngliche Sinn der Enhanced Games ist, dass du eben mit entsprechenden Beratern dafür sorgst, dass du viele Parameter in deinem Körper so optimierst, dass sie besser sind. Noch bis zu dem Punkt, dass du immer noch leistungsfähig bist, aber nicht toxisch. Das heißt zum Beispiel Erythropoietin hochhalten, also EPO, Blutdoping. Dann zum Beispiel mit Kaderin arbeiten für mehr Kondition. Dann eben mehr Power zum Beispiel durch verschiedene Samens- oder Oralisteroide. Und dann hast du, wenn du das klug alles kombinierst, hast du einen unfassbar kranken Athleten. Und der kann auch funktionieren. Ich denke, es wird mega interessant sein, das sich anzuschauen. Das denke ich schon. Was für Leistung da die Leute bringen werden. Aber ich glaube, sobald die ersten Leute da abkrebeln, wird diese ganze Organisation nicht mehr in so gutem Licht dastehen. Das war auch, letztens gab es so eine Organisation, die haben so Käfigkämpfe gemacht, so mit MMA halt. Aber du darfst alles. Also du darfst die Leute in den Augen reinstechen, du darfst in die Eier treten, beißen, kratzen, alles. Und als die ersten Turniere ausgetragen wurden, waren die Leute so krass, also haben so krass Schaden von sich genommen. Und das war so, das wurde so verrufen in den sozialen Netzwerken, dass die nach der ersten Veranstaltung schon gesagt haben, so sorry, tut uns leid, wir machen das nicht mehr. Wir machen ab jetzt normale MMA-Regeln. Weil die gemerkt haben, okay, das können wir nicht machen, die Leute, die bringen sich um, die werden blind, die werden, das ist, ja. Weißt du, der Ansatz, ich meine, bei dem, was du jetzt beschreibst, da ging es ja gar nicht anders, wenn das erlaubt ist, wird das gemacht. Der Ansatz bei dem Doping ist halt der, dass man den Leuten immer unterstellt, dass sie unfassbar dumm sind. Und das sind nicht alle. Das heißt, vor allem im Profisportlerbereich, wenn Geld mitzählt und die Leute auch Berater haben, glaube ich, Tatsache, das kann etwas gesitteter vonstatten gehen. Deswegen, mein erster Gedanke war, ich halte es für eine gute Idee, weil das ganze Lügen aufhört. Und es gehört einfach zum heutigen Profisport dazu, dass mit leistungssteigernden Substanzen gearbeitet wird. Und das gilt für jeden einzelnen Profisport, ohne Ausnahme. Sogar beim Dartwerfen werden Beta-Blocker benutzt. Und du kannst halt alles machen. Du kannst, wenn du genau weißt, wie der Körper funktioniert, kannst du eben immer bestimmte Stoffe nehmen, um ein Problem zu lösen, das biologischer Natur ist. Und das kannst du beheben. Und dann kannst du die sportliche Leistung verbessern. Und ab dem Moment, wenn alle Barrieren des Körpers beseitigt sind, dann zählt eigentlich auch nur noch das Können, der Fokus und die Konzentration und diese ganzen Sachen. Und dann möge halt der Bessere gewinnen. Also ich finde das auf der einen Seite halt gut. Auf der anderen Seite weiß ich auch noch nicht, was ich davon halten soll, aber ich glaube, ich werde es mir angucken. Ja, ich denke auch, es wird interessant sein, aber ja, gute und schlechte Seiten haben. Und ja, wie du schon sagst, für jedes Problem gibt es eine chemische Lösung. Das ist ja auch so ein Satz von einer Legende, der auch, bevor er sich mit seiner Freundin unterhält, irgendwelche Beta-Blocker nimmt. Genau, um da ruhig zu bleiben. Also da hast du schon natürlich recht, dass man für alles was Chemisches finden kann. Ob das die wahre Lösung letztendlich ist, sein soll, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, auf jeden Fall interessant. Wir werden weiterhin gespannt bleiben und das erste Mal, wenn das übertragen wird, bestimmt auch eine Reaction dazu machen, wenn es möglich ist. Also wenn das überhaupt so weit kommt, also bis jetzt sieht es wohl so aus, da wollen sich jetzt immer mehr Leute mit einbringen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit haben wir auch einen Freak-Faktor, der immer interessanter wird für die Menschen. Und es ist nicht unmöglich, dass es passieren wird, glaube ich. Es ist nicht unmöglich. No one within athletics takes the enhanced games seriously, sagt Sebastian Coe, the president of world athletics. Ja gut, das ist... Also muss man natürlich ganz ehrlich sagen, für die Assoziation der generellen Ursprungs-Olympia, Olympischen Spiele, egal was, ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht, weil die halt nach außen gerne so dastehen wollen, dass Doping dort nicht stattfindet. Aber wir wissen alle, es tut es halt. Deswegen die Frage an euch, was ist denn die Lösung? Hier die Vorsitzenden aller Olympischen Spiele oder Veranstaltungen, die dann sagen, Leute, das kann doch nicht sein, wir kämpfen hier mit aller Kraft gegen Doping, stehen da und sagen, sowas darf doch nicht passieren. Dann kommen Leute, die die enhanced games organisieren wollen und sagen, Leute, es ist doch sowieso so, dass es gemacht wird. Und warum lässt man das Ganze nicht zu? Stellt vielleicht noch, wirklich, wer da interessant stellt, vielleicht noch gesundheitlich kontrollierendes Personal zur Seite, irgendwie Ärzte und was weiß ich und macht da eine große Sache draus und macht das geordnet und geregelt und versucht das einfach mal. Das ist ein krasser Zwiespalt. Was ist jetzt eigentlich besser? Soll man da weiter einfach dagegen halten, damit es auch weniger ist oder soll man einfach die Tür aufmachen und gucken, was passiert? Eure Antwort in die Kommentare, eure Meinung, gerne auch ausführlicher. Welche Gedanken habt ihr zu den enhanced games und wünscht ihr euch eine Reaction von uns, wenn es dann soweit ist? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich habe davon vorher noch nicht gehört. Das ist das erste Mal, dass ich das höre. Ja, interessant auf jeden Fall. Danke an denjenigen, der mir das geschickt hat. Danke an dich, Mike, für die Reaction. Danke an die Zuschauer fürs Zuschauen und auf jeden Fall ein Abo dalassen, falls noch nicht getan. Die letzten Worte gehören jetzt dir. Ja, hier mit den letzten Worten von Travis Tigert, CEO von der United States Anti-Doping Agency, also USADA. Likely illegal in many US states and a dangerous clown show, not a real sport. So würde das für ihn aussehen. Wahnsinn. Also da gibt es auf jeden Fall jetzt schon Beef. Danke euch auf jeden Fall für den Support. Da kommt auch was Interessantes auf uns zu. Eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare. Nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren, damit wir täglich solch geilen Content für euch bringen und auch solche interessanten Geschichten. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, sowas. Es lässt mich etwas nachdenklich zurück, so wie die letzte Reaction auch, aber auf eine andere Weise. Das ist interessant. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es so eine Entwicklung gibt. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ist es gut, ist es schlecht. Wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.